Hallihallo, mein Name ist Sandra. Ich bin Business Yoga Lehrerin und darf dich jetzt bewegen. Zumindest darf ich dich dazu motivieren, dich zu bewegen. Es wird heute nicht so ruhig, sondern eher dynamischer. Ich habe mir einen Flow ausgedacht, um den ganzen Körper etwas zu aktivieren und angelehnt an den Sonnengruß für alle, die Yoga praktizieren. Es sind aber keine Vorkenntnisse notwendig. Das Ganze werden wir etwas mit dem Atem aufbauen. Lass dir dafür Zeit. Wir werden in der ersten Runde alle Positionen einzeln und langsam durchgehen und dann in weiterer Folge, vielleicht wenn es funktioniert, mit dem Atem fließen. Natürlich fließt unser Atem unterschiedlich, deswegen lass dich von meinen Anleitungen bezüglich Atem nicht stressen, sondern lass den Atem fließen, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Und vielleicht braucht das auch etwas Zeit und du musst dieses Video öfters wiederholen, bis du die Abfolge für dich abgespeichert hast und vielleicht fällt es dir dann auch leichter, so ganz in deinem persönlichen Atemrhythmus in die Bewegung zu gehen. Das wirkt nämlich auch sehr harmonisch auf den Geist. Lass uns beginnen im aufrechten Sitz. Ich höre jetzt auch einmal auf zum Sesselreiten. Lächte dich hier gut aus Becken ausrollen. Gerade Wirbelsäule, lang gestreckte Wirbelsäule und Langstrecken ist schon die erste Position. Nimm die Arme hoch, zieh dich lang, atme tief ein und mit der Ausatmung leg dich über deine Beine drüber. Lass dich ruhig mal hier aushängen. Und jetzt komm wieder hoch und zieh dann rechtes Bein zu dir an. Atme ein und atme aus, führ das Bein zurück, bring die Hände auf die Knie und zieh dein Becken nach hinten, streck den Hintern raus und mit der Einatmung zieh dich hoch wie in eine Cobra. Zeig das Ganze von der Seite. Das heißt, die vorletzte Position war eben dieses Ablegen, Hände positionieren, hier schon mal länger aufbauen im unteren Rücken, kein runterrücken und mit der Einatmung ziehen wir uns dann hoch in diese leichte Rückbeuge. Mit der Ausatmung zieh dich von den Knien weg, lass den Rücken rund werden, Kopf sinkt. Und einatmend gerade Rücken, lang strecken und ausatmend wieder sinken. Tief durchatmen, Kopf einmal aushängen lassen, Scheitel zieht Richtung Erde. Lang und vollständig ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung nimm dein linkes Bein mit hoch, hier gerade rücken, zieh das Bein gut heran, um die Hüfte aufzuwecken. Und ausatmend führ das Bein tief, Hände auf, den Knien ablegen, Sitzbeinknochen zurückschieben. Einatmend macht den Brustkorb weit, auch hier ziehen die Schultern nach hinten. Wir biegen uns richtig schön durch und ausatmend führ die Wirbelsäule in die Gegenposition, runterrücken. Und einatmend wieder lang strecken. So schnell können wir einen kleinen feinen Sonnengruß auf unserem Sessel durchführen. Gleich nochmals. Lass dich jetzt nicht bei irgendeinem Atem, sondern lass deinen Atem fließen. Ich sage es nur mit an. Einatmen, streck dich lang. Und ausatmend runde dich, leg dich über deine Beine drüber, atme lang und vollständig aus. Mit der nächsten Einatmung zieh dein rechtes Bein zu dir mit heran. Scheitelkrone zieht hoch. Ausatmend leg das Bein wieder ab, Hände auf die Knie, Sitzbeinknochen zurück. Einatmend leichte Rückbeuge, genießt das durchbiegen. Und ausatmend genießt das Runden deiner Wirbelsäule. Kopf sinkt nach vorne. Einatmend wieder Arme hoch strecken. Und ausatmend gleite tief. Ein linkes Bein heranziehen, weit nach oben, weit zum Oberkörper. Und ausatmend wieder Sitzbeinknochen nach hinten ziehen, Hände auf die Knie. Einatmend in die leichte Rückbeuge. Ich nenne es jetzt mal Cobra. Und ausatmend runde Rücken. Noch ein Durchgang zu jeder Seite. Einstrecken. Ausgleite tief. Lang und vollständig ausatmen. Wenn deine Einatmung kommt, nimm dein rechtes Bein mit zu dir heran, mit hoch. Und ausatmend abstellen, Becken ausrollen, Hände, Knie. Einatmend in die Rückbeuge. Und ausatmend in die Vorbeuge. Letzte Runde. Einatmend strecken. Und ausatmend über die Beine drüber. Kopf aushängen lassen. Ein linkes Bein geht mit nach oben. Und ausatmend, Hände, Knie, Becken ausrollen. Ein Rückbeuge. Ausrundrücken. Ausrundrücken. Ein streck dich lang. Eine schnelle Runde noch. Ausatmend tief. Ein rechts hoch. Aus Hände, Knie, Becken ausrollen. Ein Koper. Aus in den Katzenbuckel. Ein strecken. Aus in die Vorbeuge. Scheitel sinkt Richtung Erde. Ein linkes Bein heranziehen. Aus Hände, Knie, Becken ausrollen. Ein in die Sitzende Koper. Und ausrundrücken. Einatmend streck dich nochmals lang. Und senke dann deine Arme. Komm wieder in neutralen, aufrechten Sitz an. Na, wie fühlst du dich? Diese Abfolge, so ein Flow, vertieft auch immer den Atem. Das sorgt ein bisschen für Bewegung, regt den Kreislauf an. Und diese Umkehrhaltung aktiviert auch die Durchblutung im Kopf. Ja, probiere diese Abfolge immer wieder mal aus für dich, sodass du reinkommst, dass du in deinem Atemrhythmus fließen kannst. Das ist einfach unglaublich harmonisch für unseren Körper, für unseren Geist und stärkt. Somit wünsche ich dir viel Spaß, bleibe im Fluss des Lebens und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020